Ja wunderbar, dann wollen wir auch heute beginnen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen JFD-Devisenradar. Immer mittwochs 15 bis 16 Uhr, heute zum Mai auftakt. Chris Kemmerer auch hier und er. Nicht jeden Tag mit diesem Webinar, aber eben jeden Tag im JFD-Livestream beziehungsweise eben hier im Stream als solches zu finden mit unseren Videos. Die werden in Kürze auch, und das kann ich gleich an dieser Stelle mal vorweg schicken, hier wieder implementiert auf unserem TV-Widget. Ansonsten gleich zu Beginn der Hinweis, wer die Aufzeichnung sozusagen hier am Nachgang erleben will, der klickt hier entsprechend im Stream beziehungsweise auf dem Gottmord-Trader auf der Startseite oder aber natürlich auf unserem YouTube-Channel, liebe Leute, wo wir auch noch viele, viele andere Videos haben, unter anderem von Jens Glatt, Schrägstrich auch diverse Webinar-Aufzeichnungen und auch natürlich ein Stück weit Education. Und auch hier werden wir noch in den nächsten Monaten auch noch viel, viel mehr strukturieren, aufbauen und natürlich noch mehr Content für Sie bereitstellen. Das gleich mal zu Beginn. Wollen wir aber heute mal beginnen mit dem eigentlichen, worum es geht. Wie immer schauen wir hier über den Tellerrand und möchten uns natürlich ein Stück weit die Währungspaare anschauen, die ich jetzt sozusagen nicht in der morgendlichen Devisen-Radar-Beschau sozusagen unter die Lupe nehmen kann oder aus zeitlichen Gründen, da ja eine Beschau aller Währungspaare durchaus länger dauern kann, eben gar nicht zeitlich, dass es ausgeht. Deswegen hier im Webinar mal eine Rundum-Beschau und ich möchte hier auch das britische Fundkirchen mit dem japanischen Yen in den Fokus nehmen. Zuvor allerdings, das wird sicherlich den einen oder anderen interessieren, schauen wir mal auf den Silberpreis, nämlich dem heutigen Pair, Schrägstrich dem heutigen Underlying beim JFT-Devisen-Radar eben. Schauen wir uns gleich mal als nächstes direkt an. Und Sie können auch, und ich sehe es gerade schon, es wird auch der Schweizer Franken-Yen gewünscht. Wer von Ihnen Lust und Laune hat, hier ein Währungspaar unter die Lupe zu nehmen, welches sozusagen jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt auf meinem Radar liegt, wie zum Beispiel der Schweizer Franken-Yen, danke an dieser Stelle. Ich habe den eigentlich nicht vorgehabt, den Fokus zu nehmen, aber sehr gern bei Wünschen, wie gesagt, nutzt die Chat-Funktion und dann kann ich mich da so ein Stück weit durcharbeiten. Und überdies natürlich auch für Fragen zu verwenden jeglicher Natur. In Sachen der Bild- und Tonabfrage hat das ja alles schon sensationell gut geklappt. Und insofern ist das ja auch hier eine Art Daily Flow. Gut, wollen wir aber mal durchstarten. Und zwar, wir gehen mal dazu über, dass wir uns eben hier den Rohstoff anschauen und hierbei speziell Silber. Okay, wie gesagt, Sie haben hoffentlich das Video von heute Morgen gesehen zum Silberpreis. Es bot sich hier die Chance einer Stabilisierung um 16,80 Dollar. Inklusive hier ein Anstieg über den Daily Pivot Point hätte nach der statistischen Auswertung der Fuzzi-Vektor-Logik prinzipielles Potenzial auf der Oberseite generiert, welches letztlich, und das sehen wir hier, nicht wirklich zur Geltung kam. Wir sehen hier einen schwachen Silberpreis. Wir sehen hier auch einen Stundenschlusspreis unter 16,80 Dollar. Mit Verlaub, liebe Zuschauer, das ist meines Erachtens ein klar bärisches Signal. Auch auf Tagesbasis jetzt hier sozusagen das Zünglein an der Waage. Wenn wir heute hier nicht wieder deutlich nach oben kehren, also den bislang negativen Tagesverlauf ein Stück weit wieder ins Positive drehen oder vielmehr sogar noch tiefer schließen, Schrägstrich vielleicht auf Daily Low, dann wäre das eine höchst bärische Situation. Und wie auch schon im Devisenrad dargestellt, hier im Tagesschart, das ist wirklich wasserfallartig, was hier abläuft. Und der Anhaltspunkt dessen, eben im Sinne des Support des Fibonacci-Levels, des überhitzten ATX-Wertes, waren hier durchaus Chancen gegeben, sich hier nach oben zu etablieren. Auf Tagesbasis wäre hier insbesondere ein Auspulver das Gas-Trigger hoch. 17 Dollar ein klares Triggersignal gewesen. Da sind wir meilenweit weg aktuell von. Und man darf mal gespannt sein, ob da überhaupt noch was geht. Kurze Info dazu, ihr müsst es wissen, denn grundsätzlich haben wir natürlich auch noch News auf der Agenda stehen. Heute wie auch im weiteren Wochenverlauf, das ist eh klar. Aber neben eben dem, dass wir heute Abend den Zinsentscheid auch noch vor uns haben, könnte sich hier durchaus Bewegung erschließen zum Späthandel sozusagen. Und wenn hier eine Überraschung kommt, eine Zinsveränderung ist jetzt nicht angesetzt für heute, wobei eine Überraschung natürlich sensationellen Ausmaßes hier zu Bewegung führen könnte. Ist aber heute eigentlich nicht das Thema. Insofern unveränderte Leitzinseinschätzung. Mal abwarten, was daraus wird. Letztlich kann dies natürlich hier auch noch den Tagesschart entsprechend verändern. Und es bleibt dabei, wenn wir hier eine negative Kerze sehen, dann eröffnet sich für den Silberpreis rein tendenziell, rein technisch durchaus weiteres Abwärtspotenzial. Und das lässt sich hier relativ zwanglos in den Bereichen oder bis zum Bereich 15,60 Dollar hier, 15,70 Dollar grob fixieren. In diesem Bereich sehe ich eigentlich einen ersten Haltepunkt für den Silberpreis. Und natürlich vom aktuellen Level ausgehend möchte man fast meine Erholungsbewegung schreit hier förmlich schon. Aber, liebe Leute, tiefer geht es nimmer oder nach dem Motto, der ist schon genug gefallen, der Silberpreis. Um Gottes Willen. Das ist praktisch des Traders Tod. Wenn man praktisch seine eigene Erwartungshaltung in irgendeinen Trade, in irgendeinen anderen Lärchen hinein projiziert, geht nicht, gibt es nicht. Man muss einfach sagen, es kann an den Kapitalmärkten alles passieren und im Grunde genommen kann der Silberpreis auch jetzt durchweg bis zum Jahresende fallen. Selbst das könnte passieren, auch wenn gleich ich das nicht erwarte. Aber deswegen immer aufpassen und mit Stopps arbeiten, liebe Leute. Ganz, ganz wichtig. Aber das wisst ihr ja sicherlich selber. Ich blende an dieser Stelle auch natürlich, wie auch so üblich, grundsätzlich hier mal den Risikohinweis rein. Ganz klar, liebe Leute, man handelt hier immer auf eigenes Risiko. Und ihr müsst auch wissen, dass man natürlich das Einzige, was man am Kapitalmarkt ohnehin kontrollieren kann, das eigene Risiko ist. Und davor, um dem Risiko ein Stück weit Einhalt zu gebieten, schützen eben Stop-Kurse. Ihr müsst euch in erster Linie Gedanken über eure Stopps machen. Sprich, wo ist denn hier mein Risikolevel? Wo ist denn hier das, was ich verlieren kann? Und wenn ihr das geklärt habt, dann könnt ihr über alles weitere nachdenken. Und auch an Redditen oder irgendwelchen anderen, sage ich mal, sich aufbauenden Positionen. Aber wichtig ist, kriegt euer Risiko in den Griff. Und neben dem, dass ich hier natürlich nur Informationen übersende und jeder eigenverantwortlich ist, sollte man trotzdem nie vergessen, immer eben das Risiko zu bemessen. Bei diesem Trade, wie gesagt, mal abwarten, was passiert. Denn grundsätzlich, ich will es euch auch mal zeigen, hat der ADX-Wert eben hier seinen Charme. Und in der Vergangenheit zeigte sich schon öfters, dass eben hier solche ADX-Spitzen zu einer Umkehrbewegung führten. Überdies schauen wir uns auch gleich noch den Ölpreis an, der Sorte WTI, wo dann natürlich auch interessant wird, was macht denn das Öl? Das Öl hat auch relativ stark korrigiert, ist relativ stark zurückgelaufen. Die große Gretchenfrage, wie geht es denn beim Ölpreis weiter? Und das könnte im Kontext einer Rohstofferholung vielleicht interessant werden. Das heißt, hier nochmal zurück auf den ADX-Wert. Der zeigt oder deutet zumindest Überhitzungstendenzen an einer Trendbewegung und wir sind aktuell überhitzt. Der ADX-Wert kann auch noch deutlich höher steigen, keine Frage. Aber grundsätzlich muss man mal aufpassen, wenn sich hier so eine kleine Umkehrtendenz bildet, hat man hier durchaus die Chancen, einen möglichen Gegenmove zu spielen. Passiert nicht immer, aber zumindest hat man dann mit charttechnischer Untermalung durchaus die Chancen, eben hier einen schönen Trade, eine schöne Trade-Idee einzusammeln. Das einfach mal nur als Hinweis. Wenn Sie solche Chancen bieten, bin ich natürlich immer bestrebt, das auch im JFT-Devisenradar zu verdeutlichen. Ob es klappt, wie gesagt, werden wir mal sehen. Also der Trade hier auf Tagesbasis, also auf Interday-Basis ist der wie gesagt durch, da wir auch schon einen Stunden-Schlusspreis unter 16,80 Dollar hatten. Da müssten wir schon stark revöseln jetzt oder die Fed heute Abend überraschen, damit hier richtig was passiert. Technisch, wie gesagt, sehr, sehr angeschlagen und auf Tagesbasis immer den Vortages oder das Vortageshoch beachten. Wenn es da eine Kerze gibt, die drüber schießt über das Vortageshoch, dann könnte es hier durchaus interessant werden. Also immer darauf achten, je tiefer wir gehen, immer mal wieder im Beschau halten. Ihr seht das hier, die nachfolgenden Tageshochs waren immer tiefer. Sollte es aber mal eine Kerze geben, die über dem vorherigen, also dem Vortageshoch rausgeht, idealerweise per Daily Close, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der ADX-Wert sich dann auch umkehrt, hoch. Aber vielleicht werde ich das zu gegebener Zeit mal ansprechen. Gut, ich sehe auch Bernd im Chat. Erstmal Grüße an dieser Stelle. Britisch von Yen bin ich übrigens auch schon long wieder dabei. Heute der zweite Trade, nachdem das gestern ganz gut lief. Überdies auch beim Euro-Yen engagiert. Der ist gerade über das Vortageshoch ausgebrochen. Können wir uns im Intraday-Short auch gleich mal anschauen. Aber hier, wie gesagt, im Stundenschart. Ich sagte gerade, Bernd, erstmal willkommen an dieser Stelle. Bernd, kurz dazu, liebe Leute, wir haben hier im JFD-Devisen-Radar-Stream oder Thread vielmehr. Hier praktisch den Bernd Zuganger, der hier auch immer wieder mit Beiträgen sozusagen glänzt und mehr oder weniger auch hier den Stream ein Stück weit am Leben hält. Da in einer gewissen Art und Weise viele, zahlreiche Stille-Leser am Start sind. Also wenn ich hier von über 3000 Follower ausgehe, ist die Frequenz der Kommentare durchaus gering. Das ist aber nicht nur bei mir so, das ist bei vielen anderen Chats oder Streams auch so. Insofern auch ihr ruhig mal aufgerufen, liebe Leute, hier den ein oder anderen Beitrag zu leisten oder auch mal Charts zu posten, Ideen, sich halt auszutauschen. Trading kann einsam sein. Trading ist eine Geschichte dessen, wo man sich sagt, naja, wie könnte ich mir denn noch eine Meinung reinholen? Klar, Blogs und irgendwelche Webchats gab es schon immer, aber hier im Stream oder auch direkt in dem Guidance-Universum mit ihren Experten rechts und links kann man natürlich dann nachher auch eine kleine Gemeinschaft finden und hier wie gesagt im Stream meinerseits, der ja schon seit vielen Jahren existent ist, in jedem Falle auch immer wieder dann auch natürlich hier der Austausch gewünscht. Wir hatten auch vor langer Zeit die Martha zugegen, die hier insbesondere dem Rainbow Trading vorlockte. Diese Struktur des Tradings werde ich dieses Jahr nochmals per Seminar anbieten in den nächsten Monaten. Es verschiebt sich immer mal der Termin, aber da werden wir auf jeden Fall ein Stück weit Education noch mal an den Mann bringen, wie es denn oder was es denn hier mit dem Rainbow auf sich hat. Das ist der Trade von gestern, British Fund Yen. Es reichte nicht hier bis zum ADR High, aber letztlich reichte es, um hier ein Stück weit Gewinne einzusammeln. Grundsätzlich mal abwarten, was heute noch passiert. Also wie gesagt, Stream wird ganz interessant oder ist ganz interessant, da auch jeder aufgerufen, sich mal hier ein Stück weit zu beteiligen. Und der Bernd, von dem ich sprach, der ist wie gesagt beim Silbershort, wie er denn offenbarte. Und zwar hier auch in der Kommentarbox mal ein Stück weit nach unten zu scrollen. Hier der Trade aus dem Metatrader, Screenshot seinerseits. Übrigens auch hier nochmal der Hinweis, Sack US-Dollar, wie heute beim JFD-Devisenradar auch schon bekannt gegeben. Ihr handelt bei JFD-Brokers mit dem Spot-Silberpreis, mit dem realen Silberpreis. Das ist kein CFD, das ist kein Derivat, das ist kein erzeugtes künstliches Produkt auf ein anderes Anlagevehikel der Finanzmärkte. Nein, das ist der Spot-Preis im Interbankenmarkt. Und den bekommt ihr hier bei JFD im Prinzip mit dem Forex-Universum mitgeliefert. Und ihr werdet eben direkt im Interbankenmarkt ausgeführt. Das ist keine Spielerei, das ist kein Haushandel, keine Preismanipulation, sondern hier reale Markt-Action. Und ja, hier sehen wir die Trade-Idee von Bernd, der eben dann auch immer wieder mal einen Post seinerseits zum Besten gibt, nach dem Motto, ich bin hier long oder bin short. Zudem hat er auch den Big Ben in den letzten Zeiten immer wieder manifestiert, der hier mit einer atemberaubenden Performance daherkommt. Ich meine, wir haben hier knapp 6% bis Weilen erzeugt. Und Bernd, ich kann auch sagen, dass wir gewisse Algo-Tests bereits durchgeführt haben, um das Setting ein Stück weit mit algorithmischem Leben zu unterhauchen oder untermalen. Und da wies sich zum Beispiel der zweite Re-Entry als nicht wirklich sinnvoll an dieser Stelle. Dazu auch mal mehr, wenn wir da ein Stück weit in die Perspektive des Anlage-Universums gehen, was Algorithmen angeht. Das wird in diesem Jahr auch nochmal ein Riesenthema werden. Aber das mal am Rande. Wie gesagt, Bernd ist short im Silber, deswegen mal jetzt hier in den Stundenchart, was auch rein technisch natürlich völlig begründbar ist. Ich sagte heute Morgen schon im Devisenradar, dass man hier, Sie sehen es auch hier, die Abwärtsstruktur par excellence fährt. Sie sehen es auch hier, die kleinen Durchschnitte verwandeln wir das Ganze doch mal in eine Rainbow-Struktur. Vom Allerfeinsten sieht man hier, Moment, wo ist er hin? Durchschnitte da. Das ist Trendfolgeträte, wie es im Buche steht. Entweder verkauft man immer wieder neue Tiefs oder auch hier mit meiner früheren Lieblingsdarstellungsform der Heiken Aschi-Kerzen verkauft man sozusagen immer wieder bärische Heiken Aschi-Kerzen, nachdem eben hier eine bullische Konsolidierung stattfand. Das war beim Silber hier zuletzt wirklich ein Traum. Also muss man wirklich sagen, so sieht man selten so saubere Trendbewegungen, aber das ist genau die Stärke, die dem Rainbow vielmehr seine Stärke gibt. In Seitwärtsphasen hat man mit dem Rainbow arge Probleme, dann aber muss man auch sehen, dass der Rainbow natürlich hier so eine Wischiwaschi-Tendenz hat. Dann hat man nichts zu traden beim Rainbow. Das ist eine schöne Trendbewegung. Wenn die sich ein bisschen erschöpft und dann der Rainbow zusammenkippt, sollte man sich in Zurückhaltung üben, weil das ist natürlich hier ein Wischiwaschi-Signal. Auch das hier, okay, es könnte short werden, dazu muss aber ein neues Tief kommen, ist nicht geschehen. Dann hat man hier gesehen, okay, es könnte long werden, neues hoch gab es nicht, obwohl hier, ganz ehrlich, mit dieser sich wieder bullish formierenden Rainbow-Formation, da hatten wir auch auf Tagesbasis eine technische Ausbruchslage, hier zugegebenermaßen ein Long-Entry gerechtfertigt wäre. Nur in dieser Situation, meine lieben Zuschauer, komme ich zu dem Punkt des Stop-Loss. Irgendwo muss man natürlich hier am Markt auch seinen Stop setzen. Wenn ich jetzt beispielsweise hier ausgehe, dass der Rainbow sich weiter positiv auffächert und ich nicht mit einem Trailing-Stop sozusagen Gewinne absichere, sondern meinen Start-Stop einfach zur Sicherheitsbegrenzung hier unten mal platzieren lassen würde, müsste man natürlich dann, wenn man sieht, oh ho, der Markt erschöpft sich, irgendwann ausgestoppt werden. Und genau in diesem Punkt hat man dann sozusagen den Trade versemmelt. Das passiert, liebe Leute. Das ist ein Trade von, je nachdem, was ihr von der Trading-Karriere oder Investment-Karriere einschlagt, aber einer von tausend wird es wahrscheinlich sein. Und deswegen ist das völlig emotionslos, wenn man hier mal ausgestoppt wird. Das ist dann eben so. Der Punkt ist, wenn man nicht ausgestoppt worden wäre und auf einer Position beharrt, und da sind wir wieder bei dem Punkt von gerade eben, ich will recht haben oder ich zwänge dem Markt meine Meinung auf, dass man dann hier eine so dermaßen große Schieflage errät, dass man sieht hier in diesem Fall, nachdem jetzt hier dann auch der Rainbow wieder negativ auffächert, nachdem die letzten Verlaufstiefs immer wieder gerissen werden mit neuen Bewegungstiefs, dann in so einer Position zu bleiben, ganz vorsichtig ausgedrückt ist, schlichtweg Selbstmord. Das ist wirklich Selbstmord für das Konto, weil man hier sicherlich in den Margin Call läuft beziehungsweise seinen ganzen Account vor die Wand fährt. Deswegen nochmal, Stop-Kurse, das A und O, wichtig, Risikobegrenzung. So, jetzt will ich euch aber nicht damit weiter in Mantra-Form hier zutexten, sondern vielmehr uns jetzt nochmal den Live-Shart anschauen. Und wie gesagt, Bernd ist gut dabei, der Short nimmt Fahrt auf. Glückwunsch an dieser Stelle, wenn wir sehen, dass der Markt eben hier weiter nach unten driftet und auch hier Tendenzen hat, das eben weiter auszubauen. Insofern hat sich die theoretische Long-Idee nach aktueller Einschätzung, muss man ganz ehrlich sagen, erledigt und der Trendfolger, der hier mit dem Rainbow ganz klar seinen Zuspruch erhält, wird hier sozusagen befeuert. Auch hier diese bullische Divergenz bei MACD, ja, alles schön, aber kein Garant dafür, dass es eine Erholung gibt. Dennoch waren die statistischen Rahmenbedingungen gegeben und genau darum geht es. Man versucht, Chancen am Markt zu identifizieren und wenn die da sind, feuerfrei. Okay, das hätten wir. Also Silber ist jetzt meines Erachtens anständig durchgekaut. Gehe ich jetzt mal direkt zum Öl über. Übrigens, ich habe Schwarzer Franken hier nicht vergessen. Ich habe den noch auf der Pfanne und werde das auch noch beleuchten, das Währungsmarkt. Gehen wir mal zum WTI über, weil das ist wirklich interessant. Ich habe heute Morgen schon gedacht, nehme ich den vielleicht in den Radar. Ja, ja, da hatte aber die Fuzzi-Vektorlogik mir eben die Karten gespielt und mir eben ein schön bullisches Pattern aufgezeigt beim Silber. In Verbindung des Charts war das natürlich dann die 1A-Variante. Aber für alle, die jetzt eben beim JFT-Devisenradar Webinar dabei sind, gibt es eben jetzt hier noch den Nachschlag für das, was ich im Livestream sozusagen nicht bewerten konnte. Also, wir sind schon davon ausgegangen, dass wir eine weitere schwäche Phase sehen. Und hier gibt es auch das, was wir in der letzten Woche schon analysiert haben, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier den Support bei 47,80, rund 47,75 roundabout, macht es euch nicht auf den Sand hier fix, meine lieben Leute. Wichtig ist einfach, dass man sieht, dass wir hier eine Horizontalunterstützung haben, auf die wir zulaufen sollten. Das haben wir bereits in der letzten Woche analysiert. So geschehen, der Markt ist glücklicherweise mit uns gelaufen. Hätte auch anders kommen können. Dafür wahrscheinlich hier das Szenario grau, wenn wir dann hier rüber gegangen wären. Alles dazwischen, wischi-waschi. Grundsätzlich, Bewegung nach unten ist erwartet worden. Jetzt kommt es, ähnlich wie bei den anderen Rohstoffen, sehr, sehr spannend zum Thema, was jetzt hier passiert an diesem Niveau. Das ist ähnlich Silber. Der Punkt ist, wenn wir hier ein neues mehr Wochen-Schreckstrich, mehr Monats-Tief machen, sprich diese Support-Linie, die hier im März mit Bravour verteidigt wurde, zusätzlich 61,8er Level. Wenn wir uns hier raus scrollen, hatten wir hier nochmal eine Preis-Action Ende August. Dann hier im September auch nochmal die Zone um 47, 50, 48 Dollar ist von Interesse. Gerade weil man hier im Prinzip eine Nachfrage-Action gesehen hat im März. Und genau da stehen wir jetzt wieder. Und ihr seht, was hier im Prinzip die Annahme ist. Denn wenn der Markt sich hier nicht fängt und weiter nach unten kippt, dann kann dieser wasserfallartige Verlauf auch weiter fortgesetzt werden und kann es auch richtig weiter nach unten knallen. Ja, das ist genau das. Und danke übrigens für den gerade eben erfolgten Hinweis. Das ist gut, dass Sie den Stopp ansprechen. Lese ich hier gerade von dem Webinar-Teilnehmer. Ich kann, wie gesagt, gegenwärtig auch nicht eure Namen lesen. Das ist irgendwie hier bei der Godmode Citrix-Zugangssoftware aktuell so. Also ich kann euch nicht zuordnen. Deswegen groß Tilo an der Stelle, Bernd an der Stelle. Manche schreiben ihren Namen dazu, die schon länger immer Teilnehmer sind. Insofern kann ich, oder Rolf auch, Euro-Norwegische Krone schaue ich mir gerne an. Das ist natürlich ein Ölwert. Also Norwegische Krone hängt ja ähnlich wie der kanadische Dollar als Rohstoffwährung eng am Öl. Sollte man sich betrachten, mache ich gern. Also, wie gesagt, da ruhig den Namen dazu schreiben. Insofern aber hier die Ansage, dass man den Stopp erwähnen muss, ist ganz klar. Weil ja, als Einsteiger das Prinzip Hoffnung durchaus gewinnt. Die Stopp-Verschiebung, die Stopp-Aufhebung dann immer mal wieder ein sehr, sehr gern gezogener Fakt ist, dass man sagt, okay, komm, ich gebe dem Trade einfach ein bisschen mehr Spielraum. Das hat aber dann nichts mit Trading zu tun, sondern mit dem Prinzip Hoffnung. Und gerade bei der Situation wie hier, wenn der Markt sich hier nicht fängt, man kann jetzt davon ausgehen, also ich muss jetzt hier long gehen. Der Markt ist heiß, das ist eine Situation hervorragend, mal kurz ein bisschen skizziert. Wenn ich jetzt hier einsteige und der Trade entwickelt sich positiv und ich setze mal meinen theoretischen Stopp hier einen Dollar weg. Das ist mein Risiko. So zumindest theoretisch anfangs gedacht. Und das wäre meine theoretische Erholungschance, dann ist das schon mal mit Verlaub geil. Also ein Chance-Risiko-Verhältnis von knapp 4 zu 1. Solche Trades, wenn man macht, dann hat man langfristig mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr großen Erfolg. Weil man eben, wie gesagt, mit 4 Verlierern sozusagen immer den einen Gewinner mehr oder weniger relativiert. Und das ist schon eine arg schlechte Trefferquote, wenn man dann, sage ich mal, mit Werten von unter 25% agiert. Aber grundsätzlich könnte man bei einem CRV von 4 zu 1, wie gesagt, auch mit einer sehr schlechten Trefferquote daherkommen. Wenn man denn mal so einen Trade hier mitnimmt, eben das Vierfache des Risikos verdient, dann hat man im Gegenzug wieder mehrere Chancen, die auch mal ausgestoppt zu werden, ohne gleich eine negative Balance seiner Equity zu erzeugen. Also es ist, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Und wenn man so ein Level hier sieht, dann sagt man sich im ersten Moment, hey, nice, das ist eine schöne Chance. Nur wenn ich dann hergehe und sage, oh je, der Kurs entwickelt sich nach unten und ich ziehe mein Risiko auf, sage dann zum Beispiel, ach komm, ich gebe dem Trade ein bisschen Luft und habe dann solche Verhältnisse hier, dann haut ihr irgendwas nicht mehr hin. Ich meine, dann muss man ganz ehrlich sagen, wenn man ausgestoppt wird, das gehört zum Trading, das ist Teil des Geschäfts, man kann nicht immer richtig liegen, sprich, wenn der Trade jetzt in die Hose geht, bin ich draußen. Aber mit einem überschaubaren Risiko, sollte ich das Risiko immer erweitern oder den Stopp hier unten hinsetzen oder das, bitte liebe Leute, nicht als Beispiel nehmen, ich lösche einfach meinen Stopp los und sage, komm, der wird irgendwann schon wieder steigen, dann ist das wirklich hier ein Stück weit Glücksspiel und das hat an den Märkten nichts zu tun. Das wird langfristig, oder da hat man an den Märkten nichts mit zu tun mit so einer Einstellung, weil das wird langfristig zum erfolglosen Handel führen. Also, wie gesagt, Öl, das ist eine Situation, muss man sich jetzt betrachten, kommt es hier zu einer Stabilisierung, möglicherweise Divergenzen, positiver Natur, auch beim RSI Oszillator hier ablesbar, sprich, wenn der Preis ein neues Tief macht, aber der RSI Oszillator nicht, dann hat man ähnlich wie hier, ich ziehe euch das gerade mal auf, ja, ähnlich wie hier im März, da hat der Preis 22.03. neues Tief gemacht, aber der RSI nicht, das seht ihr ganz knapp drüber, wenn man dann hier praktisch so eine kleine Trendlinie zeichnet, sieht man, dass sie leicht steigend ist und das ist eine positive Divergenz, die sich hier mit Bravour aufgelöst hat. Also, eine ähnliche Situation hat man beim Silber im Intraday-Chart grundsätzlich, wie gesagt, hier die Chancen, dass der Markt nach so einer Bodenbildung in diesem Bereich wieder auftritt, gegeben. Jetzt ist die Situation, wenn das gleiche hier stattfindet, wäre spekulativ natürlich ein Long antizyklisch, aufgrund dessen, dass wir hier einen Abwärtsimpuls stecken, durchaus gerechtfertigt, ja, aber dann eben auch mit einer gewissen Absicherung. Und jetzt kann man nichts anderes tun, also jetzt hier reinspringen, das kann man machen, dann sollte allerdings der Stopp hier unten liegen, unter dem letzten Bewegungstief, weil wenn das gerissen wird, dann kann es eben schnell weitergehen, das ist eine reine Absicherungsmaßnahme. Oder aber man wartet eben ab, wie der Preis sich hier eben verhält, das kann 1, 2, 3 Tage dauern, das kann auch ein Stück weit sich hinziehen, wenn man dann aber sieht, dass man hier solche Kerzen hat mit einer Nachfrage, ja, dass das Tagestief immer wieder hochgekauft wurde, und das sieht man hier sehr schön in diesem Niveau. Lass doch mal hier noch 2, 3 Tage vergehen und der Preis, der dippt hier so ein Stück weit rum und wird immer wieder zum Close hochgezogen, ja, zum Daily Close. Dann ist das natürlich eine Sache, wo man sagen kann, hey, hier ist eine Preis-Action am Start, die verleiht dem ganzen bullischen Kronton. Dann wäre es noch gerechtfertigter, hier einen spekulativen Long einzugehen. Andernfalls, wenn hier, wie gesagt, ein neues Mehrwochenmonatstief folgt, dann ist der blaue Tendenzfall hier klar zu präferieren. Und schauen wir doch mal auf die Saisonalität in diesem Kontext. Was sagt die denn eigentlich? Jetzt müssen wir kurz den Saisonalitätschart rüberziehen. WTI suchen wir uns mal. Übrigens, heute ist 16.30, in einer guten Stunde kommen die Daten rein, ja. Das heißt, wir haben hier die Öllagerbestände aus den USA, die immer reichlich für Bewegung bei den Währungen sorgen, die jetzt hier mit Öl im Kontext stehen. Das ist eben die norwegische Krone und auch der kanadische Dollar. Speziell aber auch der Ölpreis kann hier sehr, sehr radikal reagieren und auch sehr starke Bewegungsmomentumsschübe bekommen bei den Öldaten, je nachdem wie diese ausfallen. Aber die Saisonalität, das sehen wir hier, zeigt zunächst, ja, deswegen auch der gestrichelte Pfeil aus der letzten Woche, zeigt nach unten. Das heißt, die Unterstützung wird jetzt hier nicht gerade hoch gejubelt von der Saisonalität. Es kann dazu kommen, dass, wenn dieser aufgegeben wird, rein vom saisonalen Verlauf her, der Ölpreis eben hier den Weg Richtung Süden einschlägt und dann ergo hier die Tiefs im Bereich 43,50 Dollar, durchaus erreichbar scheinen. Also saisonal gesehen sind wir hier nicht unbedingt vor einer sehr bullischen Phase. Mit dem Chart-technischen Setup im Kontext kann es hier gefährlich werden und lasst mich daher jetzt mal hier die Charts neu kreieren. Spekulativer Long, wie gesagt, wenn sich hier eine gewisse Bodenbildung abzeichnet, ansonsten unter saisonalen Gesichtspunkten, wie auch technischer Struktur, wenn wir ein neues Mehrwochen, ein neues Mehrmonatstief machen, meines Erachtens hier der Ölpreis durchaus gefährlich für weitere Rückschläge zu haben. Wer Short ist, darf sich freuen, wer Long ist, sollte hier besser mit Absicherung arbeiten, Schrägstrich sich verabschieden. Ansonsten mache ich jetzt einfach auch hier nochmal ein gestricheltes Szenario. So heißt es, je nachdem wie die Öllagerdaten reinkommen, kann es hier auch so ein Harakiri geben, so eine Bodenbildung, wie eben im März, hier seht ihr das. Und wenn dann eben hier eine Divergenz einherkehrt, die dann sozusagen hier einen möglichen Long-Einstieg erlaubt, da kann man sich auch immer, ähnlich wie beim Silberpreis auf Tagesbasis, über den letzten Bewegungshochs orientieren. Also immer wenn es ein signifikant neues Tageshoch oder ein neues Wochenhoch gibt, dann hat man im Prinzip die letzten Tage überwunden und da ist eine gewisse Price Action zu unterstellen. Und das könnte hier sozusagen im Einklang der möglichen Divergenz beim Ölpreis auch passieren. Aber präferiert wird grundsätzlich vor dem saisonalen Hintergrund eine weitere Schwäche. Hoche, allanaler Autofahrer, man dürfte dann hier wieder günstiger tanken. Gut, das wäre jetzt Silber und Gold. Jetzt sind wir ganz schön auf den Rohstoffen herumgeritten. Lass mich mal kurz hier reinschauen, was im Chat so abgeht. Wie gesagt, wer Fragen hat, Anregungen nur zu. Nutzt ihr auch Bullinger-Bänder? Ja, habe ich früher benutzt, mittlerweile nicht mehr, weil die Fragekarte kam. Ich nutze auf jeden Fall die Bullinger-Bänder nicht mehr, weil man im Prinzip das auch so im Chart ableiten kann. Aber das mit dem Flaschen-Halseffekt ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Also Bullinger-Bänder haben schon Sinn und Zweck, aber ich selbst verwende sie nicht mehr. So, dann gab es noch eine Frage, Euro, US-Dollar Long oder Short? Tageskarte ist nahe Daily-Law. Sollte eher nach oben gehen. Aussichten, Frankreich und so weiter eher positiv. Ja, das ist ein fundamentaler Play. Also das heißt natürlich, je nachdem, was man vom Euro langfristig erwartet, kann man sich hier engagieren. Man sollte sich einerseits natürlich eine fundamentale Meinung bilden und andererseits dann, gerade am Forex-Markt sehr, sehr wichtig, dass man auch hier fundamental ein Stück weit eine Ahnung von den Leitzins-Differenzen hat, eine Ahnung von den globalen, sage ich jetzt mal, oder ich sage mal von den Industrienationen betrachtet. Das reicht ja schon den grundsätzlichen wirtschaftlichen Verhältnissen. Also sprich, hohe Arbeitslosigkeit, niedrige Arbeitslosigkeit oder hohe Inflation. Dass man da einen Rahmen als solchen hat. Und dann kann man im Prinzip in den Chart eintauchen, wenn man sich dann Euro-Dollar nimmt. Ich gehe gleich auf das britische Fund gegen den Nieren ein. Das ist nämlich sehr, sehr interessant heute. Gehen wir kurz auf den Euro-Dollar wegen der Frage. Den hatte ich ja auch unlängst analysiert. Nach dem Motto, wir haben hier das Gap nicht geschlossen. Wir halten uns stabil oberhalb des Gaps. Und auf Tagesbasis, ihr seht es im blauen Pfeil, sieht das so aus, als würden wir hier das nächste Level von 1,15 ansteuern. Das bleibt oberhalb hier von 1,085 unverändert das eigentliche Ziel-Level. Also Euro-US-Dollar meines Erachtens jetzt bullisch, obwohl ich, und das wisst ihr auch, im Prinzip hier die Parität immer noch gern sehen würde. Vor dem Hintergrund des Harmony-Patterns bin ich immer noch auf der Seite dessen, dass der Euro hier noch nicht auf großer Basis gerissen hat. Wir sehen hier zwar eine Stabilisierung, aber wir wissen auch, dass der Euro-US-Dollar aus einem großen Abwärtstrend kommt. Und jetzt muss ich erst mal zeigen, ob die Bullen hier weiter Kraft haben, aufzudrehen. Technisch erlaubt sich Spielraum auf der Oberseite bis 1,15 und dann muss man die Situation neu bewerten. Euro-US-Dollar aber auf jeden Fall einen Blick wert. Gehen wir dann aber gleich mal auf die Yen-Pairs, denn die hatten es letzte Woche in sich. Fangen wir mal mit dem Euro-Yen an. Wir hatten hier die Situation, dass wir davon ausgegangen sind, dass wir hier weiteres Aufwärtsmomentum sehen. Und ich bin auch gegenwärtig long engagiert im Euro-Yen. Der ist eben über das Vortageshoch hier ausgebrochen. Und auch hier die Tendenz der letzten Woche bleibt meines Erachtens unvoke. Also ich rechne durchaus damit, dass wir hier die 123 noch mal testen können. Hier haben wir ein starkes Widerstandslevel, liebe Leute. Also der Erholungsmodus setzt sich fort. Wir haben auch hier das Gap noch offen. Das ist am Devisenmarkt wirklich selten. Aber alle Euro-Pairs haben hier erst mal das Gap weiter offen gelassen. Und es sieht so aus, als würden wir hier weiter nach oben driben wollen. Und wir haben hier um 123 Yen grundsätzlich ein schönes Widerstandslevel, was als Ziellevel dient. Euro-Yen. Insofern weiter auf dem Weg nach Norden, um dann, und das muss man sehen, hier abgewiesen zu werden. Dann gibt es eine Bestätigung des Widerstands. Dann kann es richtig noch mal nach unten gehen. Entweder marginal 200-300 Pips. Oder aber eben hier dann auch mal ein Stück weit stärker, dass wir hier im Prinzip Richtung Gap Close gehen. Das bleibt mal abzuwarten. Wir können nicht orakeln. Wir wissen es nicht. Aber grundsätzlich ist das mal eine Tendenz, die man ins Auge fassen kann. Um sozusagen hier einfach mal eine Schlussfolgerung dessen zu finden, wohin eben die Marktreise gehen könnte. Und ja, die Möglichkeit besteht, dass wir hier nochmal hochdippen, abgewiesen werden oder aber dann sogar mit Ausbruch. Und da muss man sagen, ein Tagesschluss über 123,5, also 123,5 Yen wäre eine Indikation für weiter steigende Preise. Und da hat der Euro-Yen dann, wenn wir uns den Tagesschart mal ein Stück weit anschauen, auch schönen Spielraum in Richtung 126, 127 Yen etwa. Weil hier in dieser Zone der nächste technische Widerstandsbereich ist. Und infolgedessen hat der Euro, wenn er hier ausbricht, durchaus ein paar 100 Pips Bewegungspotenzial, was man dann auch charttechnisch unterstrichen durchaus handeln kann. Weil das Potenzial auf der Oberseite sich, wie gesagt, hier erschließt und die Chancen in dieser Richtung mal gar nicht schlecht erscheinen, wenn er den Ausbruch ausbricht. Aber das muss man erst mal sehen. Wir sind, wie gesagt, hier in einem relativ steilen Bewegungsmove oder der Euro hat vielmehr einen relativ steilen Bewegungsmove vollzogen. Und eine Konsolidierung wäre hier sicherlich mal nicht schlecht. Also insofern mal aufgepasst, was an diesem Widerstandslevel um 123 Yen passiert. Aber die Einschätzung aus der vergangenen Woche war mal nicht so schlecht. Und jetzt gehen wir mal zum britischen Fund Yen. Den hatte ich ja gleich am Anfang auf der Pfanne. Den wollen wir uns jetzt mal näher anschauen. Denn hier haben wir auch einen graduellen Anstieg. Hier auf Tagesbasis. So, britisch Fund out. Ja, schauen wir uns auch gleich nochmal an. Also hier ein Crossrate Pair. Britisch Fund gegenüber Austral-Dollar. Aber jetzt beim britischen Fund gegenüber dem Yen bleiben wir hier. Wir haben die steile Aufwärts-Trendlinie zunächst verteidigt. Schräge Trendlinien, schräger Natur. Das wisst ihr, man sollte es nicht überbewerten. Aber es lässt sich hier zumindest mal schön einen Trendkanal daraus bauen. Im theoretischen zumindest, weil wir hier nur einen Auflagepunkt haben. So, mal wirklich hier ins Blaue gehangen die Linie. Grundsätzlich ist die Aufwärts-Trendlinie erstmal ganz interessant. Und könnt ihr hier schienenartmäßig eine Art Tendenz aufzeigen. Die Annahme der letzten Woche auch hier. Wir haben das Level um 142,50 überwunden. Weiter steigende Preise bis 144,60 wurden erwartet. Hier haben wir eine Zone. Das seht ihr auch sehr schön hier an diesen Lunden. Also, was ihr sagt, hier diesen Kerzenspitzen von diesen Candlesticks. Seht ihr hier in diesem Bereich, ist der Preis immer wieder vorgetrunken, wurde aber dann abgewiesen. Nach diesem kleinen Manöver hier vom Dezember. Grundsätzlich hier Widerstandszone. Das sollte erreicht werden, das Niveau. Leichte Konsolidierung. Wenn wir uns jetzt darüber erheben, ergibt sich Spielraum bis zum Hoch. Hier vom 15.12. 148,45 haben wir dann hier als mögliches Ziellevel. Und es sieht gegenwärtig so aus, als hätte der Markt die Ambitionen, dieses Level abzuholen. Gerade weil wir eben hier diesen Widerstand überwunden haben mit dem gestrigen Daily Close. Das ist eine bullische Ausgangslage und sieht eben tendenziell mal nicht so schlecht aus. Ich meine aber, die Saisonalität feuert hier ein Stück weit dagegen. Aber auch hier gilt die Regel, Preis schlägt Saisonalität. Ergo, die aktuelle Preis-Action kann die Saisonalität überrennen. Es ist schön, wenn das in ein Bild passt. Sprich, wenn wir jetzt hier von links unten nach rechts oben gehend eine gewisse Aufwärtstendenz in der Saisonalität sehen würden. Dann würde das hier natürlich eine gewisse Harmonie darstellen. Dann kann man sagen, sehr schön, dann hat man sozusagen ein Match, was nach oben sich entfalten kann. Ist die Saisonalität wie hier ein Stück weit zäh seitwärts, Schrägstrich dann, na gut, in den Juni hinein ist schon zu weit geblickt. Aber letztlich ein Stück weit seitwärts und geht eben nicht konfirm mit der Preisentwicklung. Dann übergewichtig immer den Preis. Weil der Preis hat hier im Grunde genommen genau diese Maßgabe, dass man sagt, okay, der Preis im Sinne der Preiseffizienz, im Sinne dessen, was man den Preis induktiert, was man sagt, was im Markt steckt, was gerade erwartet wird, Angebot-Nachfrage-Verhältnisse, ist die gegenwärtige Action viel, viel mehr zu bewerten als die Saisonalität. Passt das in Einklang Saisonalität und Preis-Action, dann ist es umso besser. Wenn es nicht passt, übergewichtet bitte den Preis. Und hier sehen wir grundsätzlich eine Ausbruchstendenz und der Euro-Yen hat noch Restpotenzial, British Fund-Yen hat noch Restpotenzial und insofern schauen wir gleich nochmal auf den US-Dollar-Yen und auch auf den Schweizer Franken-Yen, das habe ich ja noch versprochen, den halte ich auf jeden Fall offen. Technisch aber muss man sagen, gehen wir mal hier ein Stück weit auf die Updates der technischen Strukturen. Sollten wir jetzt eine größere Schwäche sehen, ich mache jetzt mal den Pfeil blau, weil oberhalb von 144.60, ob wir jetzt die Trendlinie reißen oder nicht, bleibt die Tendenz bullisch. Ja, richtig, man muss natürlich der Preis-Action auch ein Stück weit Spielraum erlauben, aber wenn wir jetzt hier ein, zwei schwarze Kerzen sehen, insbesondere ein neues Wochentief machen, dann erlaube ich mir mal hier diesen grauen Pfeil sozusagen im Chart zu belassen. Weil da muss man sagen, hat der Markt sicherlich dann auch wieder Bewegungspotenzial auf der Südseite und dann muss man mal bewerten, wie tief es fallen kann. Aktuell, wie gesagt, bullisches Setup aufgrund der Ausbruchssituation. Widerstand scheint hier überwunden, es ist noch kein Weekly Close, das heißt auch der heutige Tag ist noch nicht vorbei, kann sich im Sinne der Fettsitzung heute Abend alles ändern, aber grundsätzlich denke ich mal, bleiben die Aussichten gegenwärtig ganz gut. Man muss natürlich auch hier mal sagen, wir versuchen den Preis im Kontext des Marktumfeldes zu sehen und grundsätzlich sollten wir davon ausgehen, dass die Preise weiter steigen. Insbesondere an den Aktienmärkten ist auch der japanische Yen als sicherer Hafen nicht gefragt. Das ist hier die Korrelation mit dem Aktienmarkt und den Yen-Pairs. Seht ihr Korrekturen am Aktienmarkt, dann sehen wir auch da eine gewisse Schwäche bei den ganzen Währungen, die in Yen gehandelt werden. Das ist immer die zweite Währung hier im Währungspaar. Basiswährung steht vorne und hier die Zielwährung hinten sozusagen und dann sieht man British Pound Yen und wenn der Yen stärker wird, in dem Fall, dann fällt das Währungspaar. Der Yen erfährt stärker, das britische Fund kann gleich bleiben oder sich schwächer zeigen, dann dynamisiert sich das, dann kann das natürlich noch eine Beschleunigung annehmen. Aber sollten die Aktienmärkte nicht korrigieren und bullish bleiben, dann spricht viel dafür, dass der Yen schwach bleibt und dann dürfte diesem Szenario, was ich hier sozusagen skizziert habe, eigentlich nichts im Wege stehen. Das ist ein Stück weit der Grundtenor. Fallen die Aktienmärkte, wird Kapital sozusagen abgezogen, dann gibt es auch Umschichtungen und dann sehen wir in der Regel einen starken Yen. Das muss man wissen an dieser Stelle. Das sind Korrelationseffekte am Währungsmarkt. Ähnlich wie es sich auch mit dem Ölpreis eben verhält. Okay, US-Dollar Yen ganz kurz noch, oder nicht kurz, sondern jetzt vielmehr als nächstes Pair für heute in den Fokus zu nehmen. Und da haben wir eine Situation, die natürlich hier ein bisschen den anderen Yen-Pairs ähnelt, denn wir hatten hier eine Erwartungstendenz nach oben. Das hat sich auch erfüllt, das war sogar hier von der Vor-Vor-Vorwoche die Annahme, dass der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen nach oben drehen kann. Und jetzt haben wir auch hier dieses Widerstandskluster, diese rote Zone, bereits nachhaltig überwunden. Und jetzt stehen wir hier an so einer schrägen Trendlinie des Trendkanals. Also das ist natürlich wieder ein schönes Beispiel für Trendkanäle. Ihr seht hier diese Abwärtstendenz, also wir haben hier grob gesprochen drei Auflagepunkte, zwei die sogar relativ gut touchiert werden. Man nehme diese Trendlinie und projiziere sie nach unten und ja, hier haben wir einen oberen Auflagepunkt, hier haben wir mehrere untere Auflagepunkte. Und in diesem Bereich fand sich tatsächlich eine Unterstützung. Also Trendlinientrader machen hier jetzt einen Haken dran nach dem Motto, das ist genau das, was wir sehen wollen. Eine Stabilisierung an einem interessanten Level, nämlich hier an dieser unteren Trendkanallinie. Und genau das geschah, der Markt hat sich entwickelt und jetzt sehen wir mit der heutigen Stärke, der Markt notiert hier in unmittelbarer Nähe dieser Trendlinie. Und ihr seht jetzt auch diesen blauen Tendenzpfeil, der, wenn wir uns dann hier anständig etablieren, hier über der Marke von 112 Yen, dass es hier weiter nach oben gehen kann. Und ja, ich bleibe dabei, der Pfeil bleibt nicht mehr gestrichelt, sondern blau. Es kann hier eine weitere Aufwertung geben. Das würde dann beim DAX entsprechend weiteren Allzeithochs entsprechen, weiteren Kurshochs. Das muss man ganz klar sehen. Also es kann hier party-technisch in Sachen steigender Aktienmärkte durchaus noch einiges gehen. Zumindest visualisieren uns dies hier die verschiedenen Yen-Pairs, die technisch bedingt hier durchaus vor Ausbruchssituationen stehen. Das wäre beim Euro-Yen zum Beispiel die Marke von 123, die, wenn der nach oben aufgerissen wird, eben dann weiteres Potenzial in Richtung, da gehen wir nochmal hin, Euro-Yen. Wie gesagt, heute noch marginal im Plus, aber hier dann eben hier in Richtung 126, 127. Da haben wir hier nicht eine kleine Konsolidierung, sondern wenn der hier sich nach oben raus erhebt, der Yen entsprechend schwach ist, der Euro dann sogar möglicherweise noch an Stärke gewinnt, da kann hier richtig was gehen. Ja, da kann hier richtig was gehen. Gut, dann gehen wir mal zum zweiten Gewinner heute, hier bei der Top 15 FX per List, nämlich dem Schweizer Franken gegenüber dem japanischen Yen. War auch schon einige Male gewünscht von den Teilnehmern hier im Chat. Und Mike aus 3 USD, ja, schaue ich mir an, hatte ich auch die Woche ja schon im Devisenradar, gestern im Neuseeland der USD, die Seasonal Pattern. Ich hoffe, du hast es gesehen, mit Schrot-Bias voraus. Ja, also hier haben wir ein saisonales Pattern, auch schöner Natur. Rein statistisch gesehen sollte der Kiwi fallen. Schauen wir uns aber gleich charttechnisch nochmal an. Schweizer Franken Yen jetzt im Fokus. Auch hier starke Erholungswelle, im Prinzip fast ein Abziehbild zu den anderen. Und wir haben jetzt hier ein Horizontallevel. Ich mache es mal ein Stück weiter, ja, wo wir hinsteuern. Das ist ein Widerstandslevel, muss man ganz klar sagen. Das ist eine Zone, da findet zumindest Preisexion statt. Wenn wir uns darüber erheben, dann spricht viel dafür, dass wir hier die Hochs vom letzten Jahr attackieren. Auch die Widerstandszone um 115,30. Schöner Widerstandsklasse. Aber so ein Stück weit scheint die Party ja noch nicht vorbei. Und jetzt bedenkt auch, die Währungen, die in Yen gehandelt werden, oder der Yen selber, der ist sehr trendlastig. Und gerade mit der Stopp-Geschichte beim Silber vorhin, ja, oder auch beim WTI-Öl. Wenn ihr euch bei Yen-Pairs gegen so eine Trendbewegung stellt, dann kann das der Kill sein. Weil eben der Yen dazu neigt, relativ starke Bewegungen einzuschlagen. Beim Schweizer Franken-Yen, also sehen wir das einmal hier, eine riesen Abwärtsbewegung. Andererseits, das ist bei allen Yen-Pairs so gewesen, mit Beginn des Herbstes letzten Jahres, zum Jahresausklang, gab es hier eine enorme Rally. Ja, also erst mal schön da und dann schön ab. Und jetzt haben wir hier eine relative Konsolidierung, Schrägstrich-Korrekturphase. Und in der letzten Zeit beschleunigte sich dies hier zu einer starken Abwärtsbewegung. Und jetzt sehen wir eine ebenso starke Erholungsbewegung, die sich auch weiter fortsetzen kann. Schadtechnisch scheint es, wie gesagt, so, als würden hier die Preise ihr Hoch noch nicht gefunden haben. Und ich könnte mir beim Schweizer Franken-Yen eine Attacke, wie gesagt, auf die Dezemberhochs vorstellen. Durchaus. Also es bleibt auch hier präferiertes Szenario. Also die Aufwärtspfeile bei allen in Yen gehandelten Major Pairs, in Anführungszeichen, also die großen acht Währungen oder sieben, weil das andere ist ja praktisch dann immer die Zielwährung, muss man ganz klar sagen, also spricht hier viel für weiter steigende Preise. Also immer auf eigene Gewehre, aber es sieht bullisch aus. Also es scheint eine weitere Yen-Schwäche vor der Tür zu stehen. Ergo dürfte der Australien, Schweizer Franken-Yen, Euro-Yen, US-Dollar-Yen, Britisch-Fund-Yen, dürften die theoretisch weiter ansteigen. Das eine oder andere Währungsbrauch stärker als das andere, aber grundsätzlich zumindest mal mit dieser Tendenz versehen. Schweizer Franken-Yen, wie gesagt, sehr, sehr interessant. So, jetzt gehe ich gleich auf die Aussi-Pairs ein, aber wir haben noch das britische Fund gegenüber dem Austral-Dollar. Das will ich jetzt mal nochmals unter die Lupe nehmen oder will ich jetzt hier dem interessierten Zuschauer auch mal zeigen. Der ist heute stark unterwegs. Und voll zitierender Ausbruch. Ja, schön festgestellt, schön gecovert. Name jetzt aktuell unbekannt, aber ja, der ist interessant, das britische Fund gegenüber dem Austral-Dollar. Der Austral-Dollar ohnehin schwach. Ja, ohnehin seit längerem schwach, das muss man ganz klar sagen. Und ja, das britische Fund zeigt sich hier gut behauptet und wir haben jetzt hier einen klaren Widerstand genommen. In der Vorwoche haben hier einen Pull-Back gesehen. Also das ist schon charttechnisch bravou, das ist toll. Und heute sehen wir hier einen starken Rebound auf der Oberseite. Der Austral-Dollar heute, wie gesagt, extrem schwach. Und davon wird das britische Fund gegenüber dem Austral-Dollar natürlich beflügelt. Aber grundsätzlich scheint hier noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Jetzt muss ich mal ein Stück weit aus dem Chart scrollen. Gefällt mir nicht. Also nehmen wir das mal raus. Hier die zwei Hochs, das ist ein schönes Level. Ohne zu weit in die Geschichte zurückzuwollen. Den lassen wir mal hier. Haben wir hier eine schöne Zielzone, meines Erachtens, für einen Ausbruch. So. So, schubbeldiwub. Das, meine Damen und Herren, ist meines Erachtens der nächste Zielbereich. Um 177,50. So sieht es aus. Also unter Betrachtung der Wahrscheinlichkeiten erachte ich hier einen weiter steigenden Preismove auf der Oberseite für wahrscheinlich. Ergo sollte es hier durchaus Zugewinn in Richtung 177,50 geben. Solange, und das kann man spekulativ jetzt mal ein Stück weit ausmalen, das gestrige Tief nicht unterschritten wird. Also, ohne Trader-Forderung, theoretisches Risiko gegenwärtig, oder auf aktuellem Niveau, vergesst auch nie, dass diese Währungspaare hier eine enorm hohe Schwankungsbreite haben. Das heißt, eine Daily Range von 200 Pips ist bei diesen Währungspaaren, beim britischen Fund gegenüber dem Austral-Dollar, beim britischen Fund gegenüber dem Neuseeland-Dollar, oder auch beim britischen Fund gegenüber Japan und Yen, keine Seltenheit. Also, Stop wäre jetzt mal theoretisch gesehen auf aktuellem Niveau-Einstieg 1,5% oder knapp 260 Pips. Und die Chance, wer 2,5 etwa 440 Pips roundabout, ja, das ist hier ein CWV von 1 zu 1,5, also es reicht nicht ganz so 2 zu 1, aber es sieht ganz gut aus. Kann man im Prinzip machen. Also, es sieht selbst auf gebengewertigem Niveau sehr, sehr gut aus. Man kann natürlich auch versuchen, hier in den nächsten Tagen noch günstiger reinzukommen. Wichtig wäre aber, dass das Tief von gestern nicht unterschritten werden sollte. Also, hier sollte man nicht drunter gehen. Das kann man mal so als Case-Stop sehen. So, der eine oder andere sagen, dass selbst wenn das gerissen wird, muss das Setup ja nicht hin sein. Ja, lieber Analyst oder Marktbewerter. Grundsätzlich haben wir auch hier noch so eine Aufwärtstrendlinie zugegen, wo der Markt natürlich auch hinkonsolidieren könnte, ja. Also, wenn wir jetzt hier nochmal eine kleine Schwäche sehen, kann der hier nochmal hin dippen und dann aufdrehen, ja, dann nice to know. Dann hat er im Prinzip einen Umweg gemacht, rein technisch, mit dem jüngst erfolgten Pullback dieses Levels hier. Sollte der Markt meines Erachtens aber eher direkt weiter anstreben. Also, sieht wirklich bullisch aus. Schöner Hinweis an dieser Stelle. Britisch fand Austral-Dollar durchaus einen Blick wert. Schönes Währungspaar. Schöne Ausbruchssituation, wirkt sehr, sehr bullisch. Und ja, Tilo, Euro-Austral-Dollar sieht hier recht ähnlich aus. Gehen wir gleich mal zu dem. Den haben wir ja auch schon seit längerem hier im Fokus. Euro-Austral-Dollar auch immer mal wieder im Devisenradar gehabt in der Morgenshow. Und der ist heute hier top of the book. Also, hier Euro-Austral-Dollar, das bullischste Währungspaar schlechthin. Und hier seht ihr die Situation. Auch hier wurde schon ein Ausbruch präferiert. Und hier haben wir noch deutliches Potenzial. Im Weiteren gehen wir natürlich jetzt gleich mal auf die ozeanischen Pairs ein, um die ein bisschen genauer zu beleuchten. Aber ihr seht hier die Situation. Auch hier ist das Gap noch offen. Auch hier wurde, wie gesagt, Price Action vollzogen. Die letzten Tage ein Stück weit konsolidiert. Mit der heute starken Austral-Dollar-Schwäche sehen wir eben hier bei Währungen, die in Austral-Dollar laufen, einen starken Anstieg. Austral-Dollar schwach, wie gesagt. Das ist beim britischen Fund so, das ist beim Euro so, das ist bei jedem Paar so, der hier mit dem Austral-Dollar im Kontext steht. Und ich schiebe jetzt mal den Pfeil weiter rüber, weil das wirkt für mich bullisch. Und dann kann man hier den grauen Pfeil theoretisch unter das gestrige Tief setzen. Also man muss auch hier mit Schwankungen leben können. Kann auch hier ein bisschen mehr Spielraum erlauben. Aber je mehr Spielraum ihr einem Trade lasst auf Seite des Risikos, desto mehr Profit müsst ihr natürlich auf der Oberseite erwirtschaften können, um eben ein anständiges Chance-Risiko-Verhältnis zu initiieren. Das ist immer ganz wichtig. Darf nicht vergessen werden, kann man auch gar nicht oft genug erwähnen. Und ja, der Austral-Dollar hat hier diverse Trendlinien gebrochen, hat hier diverse Widerstands-Level auf der Oberseite gerissen. Und jetzt sind wir hier gerade dabei, dieses Niveau, diese Price-Action-Zone hier zu überwinden. Und wenn wir dann Daily-Close, so sieht es aktuell danach aus, und insbesondere Weekly-Close, einen Wochenschlusspreis sehen, darüber, dann sind die Bullen hier mal wild am Laufen. Jetzt schauen wir mal, was die Saisonalität mit Blick auf die kommenden 40 Tage dazu sagt. Wäre ja schön, wenn das konfirm geht. Wunderbar. Ja, wir sehen zwar hier Ende Mai, Anfang Juni, ein Rücklauf, also ein Rücksetzer. Das sieht doch gut aus. Das ist so ein Paradebeispiel dafür, wenn jetzt Saisonalität und Price-Action zusammenpasst. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Also da muss ich sagen, ein kleiner Rücksetzer, da könnte man hier sogar noch versuchen einzusammeln. Man muss auch nicht mit voller Position-Size in so einen Trade gehen. So wie es Staffel-Exits gibt, nennt man Scale-Out, kann man auch sozusagen seine Position langsam aufbauen und den Trade vergrößern im Zuge dessen, dass man den Trade sich entwickeln lässt und dann theoretisch positiv pyramidisiert. Oder gestaffelte Orders hier reinsetzen nach dem Motto, wir warten mal, wie der Preis zurückkommt und versuchen immer wieder einen guten Einstieg zu finden. Immer vor dem Hintergrund, dass das Gesamtrisiko beispielsweise 0,5 oder 1% oder 2% des Trading-Accounts nicht überschreitet. Ja, wichtig. Aber, wie gesagt, hier sieht das mal ganz gut aus. Passt zum Chart-Technischen Setup. Ob das jetzt so schnell nach oben geht, wissen wir nicht. Aber wenn der Ausbruch hier Wochenbasis gelingt, dann sieht das hier mit dem Rückenwind des saisonalen Verhältnisses sehr, sehr gut aus. Gucken wir uns mal das britische Fund, gehen wir den Australien an der Stelle auch an, was das so getrieben hat. Ähnliches Bild, fast wie ein Abziehbild, fast wie eine Schablone. Auch hier, die Bullen haben im Prinzip eine gute Kartengrad, dass das sich hier weiter nach oben entwickelt. Gut, das heißt im Umkehrschluss, liebe Leute, wir gehen mal auf den Australdeutsch über den US-Aline, der sich hier heute brutal auf der Südseite befindet. Und, ja, wir sehen, voilà, Bernie hat hier was gepostet. Mal gucken, was wir hier im Tagesschart machen. Das hier ist schon eine heiße Situation. Wir hatten das auch im Devisenradar beleuchtet, dass wir hier eine Unterstützungsmöglichkeit haben. Man achtet hier auf das Level um 0,7460 roundabout. Ja, ihr seht ja auch die drei grünen Pfeile. Eine technische Gegenreaktion nach oben hätte erfolgen können. Es hätte sogar auch noch weiter nach oben gehen können. Richtig bullisch für mich, das Währungspaar. Für mich, jetzt nuschle ich sogar schon. Für mich, wenn wir hier über 0,7612 etwa gehen, 0,7615, also wenn wir hier schön nach oben ausbrechen. Unterhalb dessen hier alles so ein Stück weit Grauzone. Und man sieht auch hier, klar, wir haben uns hier jetzt erstmal stabilisiert. Aber die heutige Kerze, die relativiert erstmal fast die komplette Handelswoche bislang. Und attackiert jetzt eben auch die Freitagstiefs. Und wenn wir morgen eine weitere Schwäche sehen, was ich durchaus nicht ausschließen würde, dann kommt der blaue Tendenzfall hier zum Tragen. Und der sieht, und das passt wie gesagt zu den gerade eben angeschauten Währungspaaren, britisch Fund, Australdollar, Euro, Australdollar, Wiener Abziehbild. Das heißt, wenn der Australdollar schwach ist, sollte er beim Währungspaar Australdollar, US-Dollar in dem Fall auch schwach sein, müsste es dann hier nach unten gehen. Und diese Zone hier eben, die schon einige Male nachgefragt wurde. Ich mache mal ein bisschen Klarheit im Chart. So, diese Zone hier, wo wir jetzt stehen, die eben zuletzt hier Ende April schön verteidigt wurde. Das ist jetzt so ein bisschen die Waagschale. Gerade ein Wochenschlusspreis unterhalb dieser, unterhalb von 0,47, 0,74, 0,50. Ein Wochenschlusspreis unter 0,74, 0,50 wäre meines Erachtens das Triggersignal, um hier eine weitere Schwäche zu erlauben. Und die schräge Trendlinie könnte man jetzt hier noch ein Stück weit anfassen. Aber wir sehen auch, sich hier so eine Art öffnendes Dreieck, das verspricht grundsätzlich noch weiteres Abwärtspotenzial. Also der Bias bleibt bärisch, bullisch. Das machen wir jetzt direkt in Grau, wäre es meines Erachtens erst, wenn wir hier drüber gehen, über 0,76, 0,15, 0,20. Dann sehe ich potenziell auf der Nordseite, aber ich würde eher hier den bärischen Bias bevorzugen. Zumal auch Leitzinssenkungen durchaus nicht ganz vom Tisch zu wischen sind in Australien. Man muss natürlich aufpassen, wegen Inflation und Immobilienpreisüberhitzung etc. Aber auch die Wirtschaft, naja, man muss mal sehen, wie die hier das Rute rumreißen. Letztlich gibt es noch einiges an Spielraum auf der Zinsseite und auch diese Spekulationen herrschen ja immer wieder mal vor, dass es da eben noch nicht das Ende ist. Während die USA als solche natürlich ihre Leitzinsen, wenn auch gleich nicht heute Abend, aber eben zuletzt ja schon geschehen und eben in Aussicht gestellt, dass es weiter geschieht, dass die US-Notenbank Fed ihre Zinsen weiter anheben wird, tut Australien das Gegenteil. Das ist natürlich ganz klar ein Verhältnis, welches hier grundsätzlich von der Abwertung der Währung sprechen muss, obgleich der Leitzins aktuell natürlich noch höher ist als der in den USA. Aber hier wird ja auch die Zukunft an den Märkten gehandelt und nicht unbedingt das, was schon bekannt ist. Also mal abwarten. Letztlich auch hier, fassen wir das kurz zusammen, wir sehen hier eine Schwäche bei der Saisonalität mit einer möglichen Schwäche, gerade mehr Monats, mehr Wochentief. Das in der Kombination sollte hier weitere Verluste initiieren und durchaus Potenzial auf der Südseite freisetzen. Also ein negativer Bias hier auf breiter Front. Das passt im Gesamtkontext zu dem Ganzen, was wir uns jetzt zum Austral-Dollar angeschaut haben während der letzten drei Währungspairs. Passt schön ins Bild. Also mal abwarten. Aber auch selbst wenn das so optimal scheint, wie es jetzt aussieht, liebe Zuschauer, ist das kein Garant für Gewinne. Verliebt euch nicht in so einen Trade nach dem Motto, all right, jetzt muss ich ja hier theoretisch auch die Hälfte meines Kapitals riskieren. Da sind wir ja im Blackjack angekommen oder beim Roulette. Das kann es nicht sein, liebe Leute. Das ist ein Trade wie jeder andere. Den darf man nicht übergewichten im Portfolio. Das ist im Prinzip eine schöne Aussicht. Ob es denn so kommt, wissen wir im Endeffekt alle nicht. Man muss hier immer wieder mit seinen Chance-Risiko-Verhältnissen arbeiten und das dann ins Kalkül ziehen und dann auch den Trade mal eine Chance geben, sich ein Stück weit etablieren zu können. Zu wachsen, zu reifen. Um eben dann auch ein anständiges CAV oder eine anständige Chance zu erspielen. Mal abwarten. Also wie gesagt, aber vom Grundsetting her, das kann gesagt werden, bleibt oder ist die Ausgangslage hier denkbar günstig. Schauen wir dazu nochmal auf den Kiwi, auf den Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar, der sich nicht ganz so schwach zeigt. Aber, als britisch und schwarze Franken, da hatten wir vorhin auch noch. Aber hier hatten wir ja die negative Saisonalität. Und der Bias zählt. In den letzten 22 Jahren hatten wir hier einen starken Abwärts-Move zu erwarten bis zum 23.05. Hier sozusagen Ende Mai. Ja, Grundgesetz lässt sich grüßen. 23.05.1949. Aber da wollen wir gar nicht in die Geschichtsbücher jetzt eintauchen, sondern vielmehr feststellen, dass zu diesem Tag saisonal gesehen ein Exiter-Shop-Position zu empfehlen wäre. Grundsätzlich ergreift auch schon die Annahme, hey, in diesem Bereich, also die Saisonalität besagt im Prinzip zum Daily Close, den gibt es am Forex-Markt als solcher nicht, weil je Währungsregion, oder was sage ich vielmehr, je Zeitzone hat man natürlich einen anderen Tagesschluss. Aber hier geht man davon aus, dass zwischen 23 und 0 Uhr sozusagen auch die Price-Action relativ übersichtlich ist. Und genau in dieser Zeit spannet man sozusagen hier seine Entry sucht. Oder zwischen 22 und 23 Uhr, da bewegt sich so ein paar in der Regel, wenn aus Neuseeland keine News anstehen. In der Regel auch keine 10 Pips mehr, sondern in der Range von 5 bis 6 Pips vielleicht. Also alles überschaubar und auf Tagesbasis vertretbar. Und im Prinzip hätte man hier den Close kaufen können, Schrägstrich vielmehr verkaufen können, weil die Saisonalität eben eine Schwäche verspricht. Und jetzt sehen wir heute einen weiter zurücklaufenden Preis, der grundsätzlich auch noch tiefer gehen könnte, insbesondere wenn diese Unterstützung hier aufgegeben wird. Also hier die Zone um 0,6890 bis hier zu den letzten Tiefs um 0,6850 rund. Also hier wichtig, wenn wir da durchbrechen, haben wir prozyklischen Verkaufssignal und dann dürfte es weiter nach unten durchsätteln. Und das unterstreicht auch die bärische Saisonalität, die wir eben hier im Devisenradar auch schon schön mit diesen Pattern eingefangen haben, also mit diesen statistischen Rahmendaten. Dass es eben hier im Schnitt eben 219 Pips nach unten ging, wie auch hier dargestellt, theoretisches Down-Moves hier. Und dass man hier bei den letzten 22 Jahren eben 17 Gewinne hatte. Sowas ist ganz interessant und sollte man auch immer mal wieder beleuchten. Nehmen wir aber auch, wie gesagt, jedes Mal gern ins Devisenradar, wenn man denn eine solche Chance findet. Es gab auch gerade zu Anfang nicht viele saisonale Pattern, muss man auch sagen. Es ist jetzt hier keine Goldgrube, wo man immer wieder reingreift und sich die Unzen, Münzen und saisonalen Setups sozusagen rausschleift. Das kann auch manchmal wochendauern, eh da ein schöner BAS auftaucht. Aber grundsätzlich ist es nahezulegen, dass man da was ganz Interessantes findet. Ja, ansonsten nochmal die Lanze für JFD. Wir haben auch die Nachschusspflicht im Zuge einer SISEC-Reglemente sozusagen abgeschafft. Und sind eine der wenigen deutschen Broker, die hier tatsächlich die Nachschusspflicht abgeschafft haben. Das heißt, gerade wenn wir Stop-Loss etc. in den Kontext ziehen, könnt ihr trotz der Margen, die ihr habt, nicht mehr verlieren als das, was ihr auf dem Konto eingezahlt habt. Wir haben natürlich Sicherungssysteme, um uns selbst da natürlich vor zu schützen. Weil ganz ehrlich, an welchem Markt gibt es denn hier sozusagen, wenn man auf Hebel spekuliert, die Möglichkeit dessen, dass man dann nicht mehr verlieren kann, als man einsetzt, ist am Terminmarkt ganz normal. Deswegen gibt es die Margen, deswegen gibt es den Margen-Call, deswegen gibt es auch die Nachschusspflicht am Future, am Terminmarkt. Weil man, wie gesagt, vom Broker einen Hebel sozusagen in die Hand bekommt, der in zwei Richtungen fungiert. Und wenn er dagegen einläuft, muss man im Prinzip eben genug Eigenkapital haben. Hat man das nicht, kommt es zur Nachschusspflicht. Tatsache ist, die Nachschusspflicht ist bei uns abgeschafft und insofern könnt ihr nicht mehr verlieren, als das, was ihr auf dem Account habt. Wichtig zu wissen, ansonsten JFD, Name ist Programm, eh klar, Transparenz pur. Ihr könnt eure Trades bei uns nachverfolgen und wir handeln niemals gegen euch. Das ist eine wichtige Erkenntnis, darum prüfe, wer sich ewig bindet. Man sollte auch immer wissen, mit wem man als Partner unterwegs ist. Und JustFanDirect, der Name ist Programm für JFD, spricht mehr als nur die Commission und das ganze Technologie-Konzept, sondern eben dessen, dass wir eben mit euch als Partner am Markt agieren. Und da wird auch dieses Jahr noch einiges Interessantes kommen. Ich muss es immer wieder ankündigen, weil es eben einfach ein Highlight wird dieses Jahr noch. Da haben wir einiges in der Pipeline. Die Projektschmieden bei uns sind sozusagen hochgelevelt. Da wird auch noch viel, viel kommen. Insofern freue ich mich, dass hier wenigen deutschen Broker, habe ich das gesagt, wenigen deutschen Broker, natürlich sind wir aus SISEC reguliert. Dennoch sind wir natürlich hier aber in Deutschland präsent und mit unserem knapp sechs Jahren Wachstum auch schon ein Broker, der hier aus dem Embryo-Stadium erwachsen ist und mittlerweile hier auch wirklich in der Branche ein Standing hinterlassen hat. Ja, deutscher Broker, wir haben eine deutsche Niederlassung, das ist korrekt, haben wir hier im Raum Stuttgart, unser JFD Germany GmbH, die Marketing Action und dergleichen steuert. Und da werden wir, wie gesagt, auch weiter uns ausbauen, aber generell haben wir natürlich hier, sind wir zypriotischer Natur. Aber wir sind auch hier natürlich der unzypriotischste Broker, den es gibt. Ja, ganz klar. Also, wie gesagt, da wird man natürlich immer schnell mal in eine Richtung katapultiert, ja, oder man hat hier immer schnell dann eine Meinung gebildet, aber grundsätzlich aufpassen, liebe Leute. Wir haben da wirklich einiges an Sachen Transparenz und Fairness zu bieten. Gut, jetzt gibt es reichlich Marktaction, wir haben 16 Uhr die Wirtschaftsdaten bekommen, jetzt haben wir schon 1600, liebe Leute, jetzt müssen wir so langsam natürlich zum Ende kommen. Wo habe ich denn hier meine News? Lass mich da mal sehen. Hier, da habe ich mich ja völlig überrissen. ISM Einkaufsmanager Index ist eine wichtige Wirtschaftskennzahl in den USA. Wie die jetzt reingekommen ist, müssen wir uns auf Guidance anschauen. Letztlich Reaktion, Dollar stark, Gold geht in die Knie, Silber rutscht weiter durch. Also hier das Setting von Bernd, auf jeden Fall gern geschehen. Dürfte hier also recht interessant werden in Sachen möglicher Tiefs. Ich glaube, hier geht es wohl weiter, Gensyn, sowohl bei Gold als auch bei Silber. Also, danke für euer heutiges Dabeisein. Sonnige Grüße, so wie ich das hier gerade erblicke, hält sich der Himmel auf beim Dollar. Aber die Dollarstärke beim Gold und Silber eher nicht, da sieht es eher düster aus. Aber ich sage einfach mal, danke fürs Dabeisein. Wünsche euch viel Erfolg im Handeln, meine lieben Leute. Schaut, wie gesagt, darauf, mit wem ihr handelt, wie ihr handelt. Und vergesst bitte die Stoppkurse nicht. Das ist zu eurem eigenen Schutz. Immer dran denken, erst Risiko abwägen, dann an die Chancen denken. Und insofern möchte ich mich an dieser Stelle verabschieden. Wünsche euch eine gute Zeit. Wenn ihr mögt, hören wir uns morgen zum JFD-Devisenradar-Livestream oder aber beim nächsten Webinar in der kommenden Woche. Bob gleich. Anmerkung an dieser Stelle. In der kommenden Woche bin ich auf dem Weg in unser Backoffice nach Bulgarien. Und insofern wird das JFD-Devisenradar-Ausfallen-Verschoben werden. Aber ihr als Abonnementen werdet ihr hier natürlich rechtzeitig per E-Mail informiert, wie wir hier abfahren. Also an dieser Stelle, danke, ciao dabei, viel Erfolg bei allem, was ihr angeht. Und beste Grüße, euer Chris Kemmerer. Ciao.